Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu Trashigen Themen und diesmal geht es um Dani Büchner, die jetzt über Cats Karma Mallorca spricht. Ein ganz neues, spannendes Thema, über das ich eigentlich auch auf diesem Kanal um 12 Uhr berichten wollte, wie immer. Allerdings ist das hier nicht werbefreundlich, das Video. Auf meinem Da Vinci Kanal dagegen schon, deswegen machen wir das heute so, dass wir heute um 9 Uhr die Vorgeschichte hochladen und das Statement von Cats Karma Mallorca und auch wie Yvonne Mullen darüber denkt, wird dann um 12 Uhr auf den Da Vinci Kanal kommen. Also ich werde euch den Da Vinci Kanal unten anpinnen und ich würde euch sowieso bitten, alle die mich mögen und supporten wollen, beide Kanäle zu abonnieren, denn ich denke es wird auf beiden Kanälen immer mal wieder Gossip und Themen geben, die euch interessieren. Von daher ergänzen sich beide Kanäle, finde ich auch perfekt. Manche fragen sich immer, warum hast du zwei Kanäle, warum hat man zwei Beine, ich denke auf zwei Beinen steht es sich einfach besser. Und ich bin ja damit selbstständig und wenn mal ein Kanal nicht so gut läuft, hat man immer noch einen anderen und ich versuche mir auch die nächsten Jahre mehrere Kanäle aufzubauen, also vielleicht sogar drei oder vier zu haben, die ganz gut laufen und dann zusammen einfach genug Geld auch erwirtschaften plus, dass ich halt einfach unabhängiger bin. Das ist auch immer ganz cool. Genauso sehe ich das ja auch mit Twitch und anderen Plattformen. Aber ich möchte jetzt gar nicht abschweifen und jetzt über mich reden, sondern eigentlich über ein sehr wichtiges Thema und Dani Büchner zeigt sich mal wieder uneinsichtig und ich zeige euch erstmal, was sie genau mal wieder zu sagen hat. Hallo, so ich muss mich ganz kurz mal wieder rechtfertigen, denn ich bekomme einige Nachrichten oder werde verlinkt zu Cats Karma. Wenn da etwas schief gelaufen ist, sorry, ich habe lediglich etwas gepostet und ich möchte nicht mehr, dass ich darauf hingewiesen werde oder zu irgendeiner Entschuldigung gedrängt werde. Wir machen alle Fehler, wir sind alles Menschen, aber das ist nicht normal. Hört mal auf damit, mich für etwas verantwortlich zu machen, was ich lediglich gepostet habe und was allen Anschein nach in diesem Moment einfach so rüberkam. Punkt aus Feierabend und auch die Mallorca-Zeitung, belästigt mich nicht mit eurem Quatsch, ich habe da gar keinen Bock drauf, okay? In dem Moment, als ich es gepostet habe, sah es einfach so aus und wir haben es so gemacht und wenn das falsch war, dann tut es mir leid, aber hört auf, mich damit zu belästigen. Es geht hierbei um Cats Karma Mallorca. Die Seite hat auch über 14.000 Follower, ist also auch gar nicht so klein. Auch Verena hat einen Artikel gemacht, den habe ich euch auch drüben verlinkt bei dem DaVinci-Kanal. Also wie gesagt, schaut euch um 12 Uhr einfach das Video dort an. Abonniert, teilt das Ganze, auch wenn ihr Katzenfreunde seid. Ich denke, die könnten jetzt wirklich ein wenig Hilfe auch und Unterstützung gebrauchen. Ich habe auch Jasnero angeschrieben, mit dem ich ja cool bin, der glaube ich da auch immer Bock hat, über solche Sachen zu berichten. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber ich denke, damit kann man nochmal enorm auch helfen. Denn so eine Leute wie Dani Büchner und auch einige andere Influencer, die das geteilt haben, denken, glaube ich, über die Konsequenzen manchmal gar nicht nach. Klar ist es gut aufzuklären und jeder macht mal Fehler, das möchte ich auch gar nicht kleinreden. Ich habe auch nie immer alles perfekt gemacht und mache auch mal Fehler oder bin vielleicht auch mal zu manchen unfair, wenn die mir irgendwie schreiben oder keine Ahnung was. Man hat ja auch mal einen schlechten Tag. Aber es ist trotzdem irgendwie wichtig, dass man dann vielleicht mal ein bisschen Einsicht zeigt und das macht sie, finde ich, halt in dem Punkt gar nicht. Man muss sagen, Ketzkamer, das wird drüben auch nochmal genauer erklärt nachher, hat ja auch dort bei mir ein Statement gemacht und ist darauf eingegangen. Ich kann jetzt hier ein, zwei Sachen vorwegnehmen. Die Finanzen sehen jetzt nach dieser ganzen Aktion nicht sonderlich gut aus und das war alles zu Unrecht. Es wird genauer drüben erklärt, aber nur damit ihr versteht. Ein einfaches Posting kann dafür sorgen, dass halt sehr viele Leute, die Ketzkamer unterstützt haben, sagen, okay, jetzt sind da Meldungen im Gange, vielleicht ist da was dran, vielleicht auch nicht und ich stelle jetzt meine Spenden in Zukunft ein. Und dort sind 400 Katzen untergebracht und die brauchen natürlich tägliche Verpflegung, ärztliche Versorgung und Co. Und das kann man natürlich nicht dann mehr tragen, wenn halt komplett die Einnahmequellen wegbrechen. Ja, das kann ja jeder verstehen. Da muss man jetzt nicht jahrzehntelang Wirtschaft studiert haben für. Ich denke, das ist ja ganz verständlich, wenn man halt keine Einnahmen mehr hat, dass man auch nichts mehr ausgeben kann und das dann halt nicht mehr lange funktioniert. Oder zumindest, wenn die ganzen Kosten nicht mehr gedeckt werden können und die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, aufgrund dessen, dass halt viele dann skeptisch wohnen aufgrund der Postings der Influencer, der Zeitungsartikel und Co. und da sehe ich halt schon ein Problem hinter. Wie gesagt, man muss da mal extremst aufpassen, gerade in den sozialen Netzwerken können auch mal falsche Nachrichten viral gehen. Gerade TikTok ist dafür sehr bekannt, dass dort auch Leute enorm schnell Reichweite gewinnen können mit einzelnen Postings und dann auch manchmal Sachen viral gehen, die überhaupt nicht stimmen. Und ob das dann der Seite oder der Organisation, dem Verein hier schadet oder nicht, das ist da manchen auch anscheinend vollkommen Wumpe. Und das ist sehr, sehr traurig und schade, wie ich finde. Deswegen arbeite ich in meinen Videos daran, auch solche Dinge immer mal aufzuklären. Ich habe auch in den letzten Monaten immer mal Nachrichten zu dem Thema bekommen. Und die Verena hatte mir auch schon vor Wochen davon erzählt, da habe ich immer gesagt, ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit solchen Themen. Man weiß ja immer nicht, am Ende ist da was dran und dann hat man auch wieder Probleme. Dennoch konnte mir jetzt versichert werden, dass da alles geprüft wurde und es auch Urteile gibt und Co., die halt auch Cats Karma total entlasten. Und ich habe auch mir die Bilder und Videos dort angesehen auf der Seite. Das sieht eigentlich alles so ganz gut aus. Und von daher finde ich es wichtig, die Sache zu unterstützen und vielleicht als kleiner Gegenpol zu solchen Leuten wie Daniel Büchner und Co. zu wirken, die ja dort einfach einen Schaden hinterlassen haben. Also das ist wirklich gefährlich. Und wenn man sich dann auch überlegt, wie dann Dani Büchner in der Story drüber spricht und ja, nervt mich nicht. Und ist halt mal so geteilt worden und passiert halt. Sie hätte ja auch sagen können, ey, es tut mir leid, ich habe da einen Fehler gemacht, anscheinend ist dort alles in Ordnung. Ich verlinke euch hier nochmal die Seite, dann könnt ihr selber nochmal vorbeischauen. Wäre ja immerhin eine Geste gewesen, aber nicht mal das war genehm. Und sie macht es dann irgendwie so, wie es man, finde ich, nicht machen sollte. Und das ist dann halt für die Seite oder für den Verein blöd und äußerst ärgerlich. Nicht nur finanziell, sondern auch für die Tiere. Und wie gesagt, wer das Statement dann hören will, der solltet ihr dann auf dem Da Vinci-Kanal abonnieren und vorbeigucken um 12 Uhr. Ja, also heute kommen wieder zwei Videos. Ich war sehr fleißig und ruhe mich trotzdem aus. Keine Sorge, bin ja noch ein bisschen krank, aber mir geht schon ein wenig besser. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Folgt mir überall, lasst gerne auch ein Abo da, drückt die Glocke und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann und ciao, ciao.